Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Herr Standardskill. Ihr seht's vielleicht. Ich bin Shaolin. Mensch, Standardskill. Stopp. Das möchte ich hier nicht sehen. Warum? Das geht wirklich zu weit. Kleinen Moment. Ich hab gerade eine Nachricht bekommen. Oh, es ist Epic Games mit Support the Creator. Ich sehe gerade meine Abrechnung, meine Freunde. Nutzen den Support the Creator Code Revenzeit, um euch Skins zu kaufen. Dann werde ich auch durch den Januar kommen, meine Freunde. Ihr wisst, Januar ist hart. Ich muss auch von irgendwas leben. Ich mache halt in einem Video. Hey, pass auf. Hier drin sind deine ganzen Creator, weil du gar keine hast. Guck mal hier rein. Ha, ist ja leer. Ja, du hast dich heulen. Was machen wir da heute? Dementsprechend, meine Freunde, zeigt's auf jeden Fall Standardskill. Wie gesagt, ich mache leider keine 600.000 Aufrufe auf jedes Video. Deshalb brauche ich eure Support the Creator Geschichte. Also gebt oben bei Support the Creator einfach Revenzeit ein. Meine Freunde, wir spielen heute mal wieder ein legendäres Eins gegen Eins auf der Trimax Map, die der gute Max uns hier zur Verfügung gestellt hat, der liebe Trimax. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal ganz kurz hier an. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Map ist. Ich habe es nur beim E-Mail-Stream mal gesehen. Und die ist extremst groß, wie wir hier sehen können. Ach, du grüne Neue, was ist denn hier los? Wir jumpen hier mit Jagdgewehren rum, mein Freund. Und werden hier ein bisschen snipen, würde ich sagen. Wenn du Lust hast. Ach, du Scheiße. Bruder, ich ziehe dich eh ab. Das ist doch gar keine Frage. Klar, ich luste dich ein bisschen abzuziehen. Ich komme da gar nicht mehr raus. Ja, stark. Stark, Trimax. Ganz tolle Nummer. Ganz tolle Nummer. Leute, ich würde sagen, wir starten das Spiel. Und let's go. Das Spiel wird abgezogen vom Snipergott. Oh, yeah. Ist ja nicht so. Du bist ja nicht so. Oh, guck mal, ja, ohne 50 Leben ist One-Shot alles, ne? Okay, ich habe hier eine Kiste direkt. Oh, ich habe direkt eine Sniper und Jagdgewehren mit einem Schuss, aber unendliche Munition. Ist es... Okay, also man kann einfach immer wieder nachladen, ne? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist nur umgeschossen hier. Ne, habe ich nicht. Das ist einfach nur ehrenlos, wie du dich da oben wieder vercampst. Hey, ich kämp' doch gar nicht. Hey, ich such dich gerade. Wo bist du denn? Komm da runter. Komm da runter. Oh! Ich habe abgedrückt. Ich habe abgedrückt. Nein. Ich habe abgedrückt. Ich habe genau in gleichem Moment abgedrückt wie du, aber dein Schuss ist zuerst durchgekommen. Ja, du drückst dich vielleicht auf Klo ab, aber sonst nirgendwo. Hey, entspann dich mal, okay? Der erste Kill geht an Standardskill. Der erste Kill geht an Standardskill. Der erste Kill. Der erste Kill. Der zweite Kill. Der zweite Kill geht an Strömenseiid. Strömenseiid. Gibt es da Spawnschutz? Ich weiß es gar nicht, Digga. Glück, sagt der. Er sagt wieder, ich hasse es, Alter. Glück, Glück, Glück. Ich hasse es. Ich tue es, hassen tue ich es. Ja, weil du ein Glück bist. Wo ist er? Wo ist er? Ruhe jetzt, hör auf zu reden. Boom! Was? Was? Okay, okay, okay. Jetzt mache ich ernst. Ja, moin. Trinex am Start, meine Freunde. Stopp mal hier. Deine komische Spitzhacke fliegt hier einfach ehrenlos herum, Alter. Ja, weil ich ein Hacker bin. Bist du denn? Ach, da bist du. Wo bin ich? Boah, wir hier am Try-Hunt ist unglaublich. Was? Ich war drauf. Fucking Delay, Alter. Sorry, du warst nicht drauf. Ich war drauf. Kann ich dir was sagen? Was? Du hast daneben geschossen. Ne, habe ich nicht. Dein Vater hat daneben geschossen, Alter. Kennst du ja auch gar nicht. Oh, das ist einfach nur unverschämt. Das ist einfach nur unverschämt. Weißt du, was hier gerade passiert? Komplette Affentanz gerade hier, wa? Ich nehme dir gerade einfach die Ehre. Was passiert hier bitte? Was ist passiert? Ich komme nicht gleich. Ich bin erhört. Du brauchst gar nicht da oben rumzuspringen. Ja, ich springe so viel, wie ich will. Weil ich ein Springi bin. Wo campst du denn? Hör doch mal auf. Ich camp nicht. Ich sitze halt hier und mir geht es gut. Ich seh dich gar nicht. Das ist das Problem. Ja, richtig. So, jetzt hau ich das mal ab hier, bevor du mich abschießt. Wo bist du? Ich sag's dir nicht, Bruder. Ich spiel's jetzt richtig eklig, wa? Ja, ich weiß. Ich spiel's auch eklig. Ich spiel die ganze Zeit einfach rum. Aha. Was denn hier im Haus, Bruder? Komm mal raus hier aus deinem Haus von Spongebob. Du Mist. Sorry, sorry. Revi. Revi, du bist kein Gegner für mich. Sorry. Wollen wir abbrechen, die Aufnahme hier? Ekelhaft. Abbrechen? Ich muss zumindest auf 10 Minuten kommen. Nee, lass am besten abbrechen, weil ansonsten nehme ich dir die... die komplette Ehre. Ekelhaft. Wo bist du? Hä? Sorry, Revi. Wo kamst du her? Sorry. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier gerade so vor deinen Zuschauern die Ehre nehme. Unglaublich. Egal. Dafür hab ich dir in deinem Video die Ehre genommen. Pass auf, was jetzt passiert. Oh mein Gott. Ey, Digga, wie viele Waffen hast du? Drei? Ich sag dir nicht, was ich habe, weil ich bin Profi-Gamer. Hast du drei Waffen? Revi, ich hab nicht mal Auto-Aim bei Sniper. Hast du. Hast du, say. Hab ich nicht. Ja, ja, ja. Wann kommt da jetzt jemand in den Kills? Oder ist das hier... Nenn das Video doch Standardskill zerstört mich im 1 gegen 1 Sniper-Duell. Starker Titel, starker Titel. Das wäre nice, ja. Wo bist du? Ah, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Pass auf, was jetzt passiert. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, Digga, ich fliege, schieße minimal neben dich, Digga. Als ob du dir keinen Aim hast, Digga. Wirklich nicht. Ich hab keinen Aim, ist das, nein. Kannst du mir nicht erzählen? Ja, ich mach psychologische Spielchen. Ich hab dich gerade voll aufs Konzept gebracht. Hast du wirklich, tatsächlich, ja. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo du bist die ganze Zeit, ne? Ey, Digga, ganz ehrlich, das ist einfach nur lächerlich. Reo, wo bist du denn? Ey! Hör auf! Alter. Wie viele Waffen hast du? Wie viele Waffen hast du? Ich hab eine Waffe! Hast du nicht, hast du nicht, hast du nicht. Du wechselst durch. Hä, ich hab... Ich hab eine Waffe, ich hab ein Jagdgewehr. Warum soll ich mehr Waffen haben? Ich hab unendliche Munition. Ne, du cheatest, Digga, du cheatest einfach. Was cheatest du, cheatest du nicht? Du cheatest hier, ich sag's dir. Du cheatest, hier ist dein Schirm, der fliegt hier rum. Das ist einfach nur eklig, was du hier machst. So, pass auf, was jetzt mit dir passiert. Jetzt mach ich einen Grab-Blast-Snipe-Kill. Machst du nicht. Weißt du doch, pass auf! Wie viele Kills hast du schon? Ich hab 23. Nein, sei ehrlich. Ich hab 8. Fuck, ich hab erst 4, okay. Okay, okay, okay. Das Ding ist halt nicht, ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, er kommt schon wieder, er kommt schon wieder. Er ist so eklig. Ja, klar komm ich. So, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Das war dumm, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Hast du mal Glück gehabt? Und jetzt pass auf, pass auf, pass auf, hinter dir, Rewi. Ah! Wo bist du? Wo bist du? Er ist bestimmt noch oben, er ist oben. Wechsel, Schuhe, Sniper, er springt runter. Nein, nein! Oh, das war knapp, nein. Oh, das war so knapp. Junge. Was? Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Das war krass, das war krass. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Na gut, jetzt mach ich aber ganz andere Plays hier, wo du mich gar nicht mehr triffst. Oh, wenn ich den getroffen hätte, Alter. 9,5. Das war krank. Wo bist du denn, Junge? Ich kraft gar nichts mehr. Oh, nein, nein. Oh, Junge, Alter. Was? Was für ein ekelhaftes Duell, Alter. Nächster Kill geht an mich mit Ansage. Mit Ansage. Okay. Ich hab mir so einen schluss Fussel noch beim Mauspad, Alter. Das nervt. Ja, der Fussel ist jetzt schuld. Genau, bist ja schon so wie Alphastain. Bei Alphastain ist auch immer alles schuld. Der PC leckt jedes Mal. Internet kaputt. Sorry, Degi. Sorry, sorry, sorry. Ich war so knapp daneben, Alter. Oh, du musst zielen statt zielen. Ach so. Wichtiger Punkt, wichtiger Punkt, Leute. Wie viele Punkte hast du schon? 10. Okay, ich hab 7. Aha, was springst du denn da rum in der Mitte? Hey, lass mich. Bleib doch mal stehen. Nee, lass mich jetzt in Ruhe. Oh. Meine Waffe lädt nicht. Meine Waffe ist nicht geladen. Headshot. Meine Waffe war nicht geladen. Nein. Das war dein Headshot. Okay, komm, bis 15. Okay, bis 15, bis 15. 15 hat der Gewinner overall, okay? Okay. Aber du gehst mir 100 Euro, okay? Nee. Doch. Digga, du hast doch einen scheiß Aim drin. Fuckin' Konsolen. Das ist eigentlich ein Prank-Revy. Hackst du die ganze Zeit? Ja, ich hack die ganze Zeit. Das ist ein Prank an dich. Im Flug. Oh, das war knapp. Nein. Das ist ja ein richtiger Quickscoper, Alter. Junge, ich hätte da nicht durchwechseln sollen. Ich glaube, das ist dumm. Dein Schirm hier oben. Hau ab jetzt. Wie er mich... Was? Versucht, so ekelig zu killen, Digga. Jetzt trifft er jeden Schuss auf einmal. Ja, ich wechsle nicht mehr, Digga. Ich glaube, das war dumm gewesen, Alter. A-Wort aktiviert, ne? Du weißt, wie viel Kill ich noch brauche, ne? Ein. Ein. Unglaublich, unglaublich. Alter, oh mein Gott, das ist alles knapp hier. Digga, man kriegt dich nicht, wa? Ja, ich weiß auch warum. Weil ich flink wie eine Spinne bin. Ja, weil du einfach ein ekelfter Mensch bist, deshalb. Ich schwinge jetzt von hier mit Ansage, Impulsgranate runter und hole dich. Was? 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 Wir spielen bis 20, das lass ich nicht auf mir sitzen, das spielen wir bis 20. Was? Was? Unglaublich, unglaublich und ganz ehrlich, du bist nicht legit, Digga, das ist wirklich, das ist einfach nicht legit. Das ist nicht legit. Okay, nochmal Impulsgranate. Pass auf. Guck, guck, Revi, guck, Revi, guck, Revi, guck. Revi, pass auf, Revi, pass auf. Ah, Junge, 15, 15, 15. Ich muss dich noch wegnehmen. Ich will dich, bis 20 hole ich dich noch, Digga. Wir sind noch 5 Minuten, ich habe noch Zeit bis zum Aufholen. Wie viele Tests hast du? 10, 10, 10. Okay, okay, okay. Ich spiele das Game jetzt zu Ende. Revi, pass auf, Revi, pass auf, Revi, Revi, Revi! Was? Das war so knapp, oh mein Gott. Okay, 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 wenn du das spiel willst, dann mache ich jetzt ganz andere Gameplays. Dieser Impulsgranatenhit gerade, das war einfach nicht von dieser Welt, das war nicht von dieser Welt. Und du weißt selber, dass es hier gerade nicht mit rechten Dingen zugeht. So jetzt, 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 jetzt. Siehst du das? Siehst du das, was hier passiert? Guck, guck dir an! Aus der Luft! Ja, ja, ja. Nicht gesniped. Komm schon. Ja, das war mal ausnahmsweise. Ein guter Hit. Bist du denn schon wieder am Camp? Es geht dich gar nichts an, wo ich bin. Lass mich! Wieder am Campen. Nee, es geht dich einfach nichts an, das sage ich dir jetzt an der Stelle. Ja, das kriegt dir auch nicht, du bist doch eh in den Rückstand. Ja, ich weiß. Stimmt, du könntest einfach noch abhauen. Fuck, ich muss aufholen. Bam, der Headshot hat gesessen, Junge. Der hat gesessen, Junge. Okay, okay. 20 hast du gesagt, okay? Ja, also wir haben noch drei Minuten Zeit. Wir können auch bis zum Ende spielen hier. Headshot? Der Headshot ist kaputt! Digga, du hast doch ein schönes Aim-Bot an! Ich hab gesagt, ich mach jetzt ernst. Die letzten Punkte, du machst keinen Kill mehr. Du machst hier nur noch richtig kranke Trickshots. Bam! Wie viele Kills hast du? 14, wie viel hast du? 16, ne? 16, 16. Nein! Nein, nein, nein! Mann, ich wollte die Axe killen, ich Idiot! Oh Mann, ich hätte snipen sollen! Mach ich ernst, ich mach sie 20 voll. Ich mach's wieder ernst, Remi, sorry. Eben habe ich die Chancen gelassen, aber jetzt werde ich dich vernichten. Hey! 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 Lass mir den, lass mir den einen, lass mir den einen Axe kill doch! Lass ihn mir doch! Lass ihn mir doch, wenigstens mir die Ehre! Du wirst nicht bei mir rankommen, ich brauch nur einen Kill! Und ich bin auch One-Shot mit der Axe, also. Aber das schaffst du nicht. Weil jetzt, ich mach die le... Okay, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Ja, Digga, keine Chance mehr, keine Chance mehr, das noch aufzuholen. 15 zu 19. Ist mir egal, ich hol den letzten Kill jetzt noch, ich mach das Ding noch zu hier. Warum haust du jetzt ab? Weil ich den letzten Kill einfach nicht gönne. Aufholen schaffe ich eh nicht mehr, aber letzten Kill gönne ich dir nicht. Einfaches Prinzip nicht. Komm her! 2 Sekunden, 2 Sekunden! Ja! Ja! Egal! Es war close, Digga, es war knapp, wirklich. Egal, meine Freunde. Es gab schon genug Videos, wo ich gegen ihn gewonnen habe. Also von daher... Schade drum, aber well played, Bro. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Checkt auf jeden Fall Trimax auch mal an der Stelle aus, meine Freunde. Der Boy ist auch verlinkt, der die nette Map hier gemacht hat. Und ja, nutzt den Creator Code Rivenside. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ich muss irgendwie im Januar meine Miete bezahlen. Es wäre nett, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Sonst muss ich nämlich auf der Straße landen. Boama! Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!